Ja hallo, wie sehen Sie das hier aufs Ende? Wir sehen gleich alle Tränen. Ich muss ein bisschen warten. Guten Morgen. Alles gut. Wer wird auch demnächst mit uns immer Videos machen? Der ist nicht. Wie geht's? Ja, auf jeden Fall ein ganz cooler Typ. Ja, ja. Ja. Ja, das war's. Das ist erreicht. Den müssen wir auch noch vorstellen. Ich bin schon Gast. Ein Fett. Spann das an? Ja. Okay, das war's doch. Ja. Ein Fett. Ein Fett. Und tschau.